Eigentlich soll Yoga ja entspannen. Uns wird bei der neuesten Trainingseinheit von Cora Schumacher allerdings ganz heiß. Woran das liegen mag, das zeigen wir euch gleich. Die 43-Jährige scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Immer wieder stellt sie dabei auch ihren durchtrainierten und vor allem tätowierten Körper zur Schau. So auch bei ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss, den sie jetzt mit ihren Followern teilt. Darauf Cora als heißes Bikini-Babe. Das ehemalige Model übt sich in einer Yoga-Einheit am Cool. Nur im knappen Glitzer-Bikini bekleidet, geizt sie dabei nicht mit ihren körperlichen Reizen. Ganz im Gegenteil. Die Blondine heizt ihrer Fangemeinde mit diesem reizvollen Anblick ordentlich ein. Bei so viel Sex-Appeal brauchen wir erstmal eine Abkühlung.